Heile du mich her, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Mit diesen eindringlichen Worten betet der Prophet Jeremia in Zeiten großer Not. Heil zu sein, meint mehr als geheilt oder gesund zu sein. Auch als kranker oder gebrechlicher Mensch kann ich auf eine Weise heil sein, die weit über das Gesundsein hinausgeht. Heil zu sein, meint ein Leben zu leben, das von Gott begleitet und von seiner Kraft erfüllt ist, auch mit allen Brüchen und Verletzungen. Es meint mein ganz eigenes Leben, zu dem Gott Ja sagt und dem er einen unverbrüchlichen Wert zumisst. Wenn Sie mögen, beten Sie das Gebet aus der Beschreibung mit mir und gehen Sie behütet und mit Gottes Segen in diesen Tag. Amen.